Wir drei stimmen schon nicht mehr, aber das passt eh für Fahrstuhlmusik. Also jetzt nicht Rommi Schneider, auch nicht Wim Brand, aber Fahrstuhlmusik im Orangenstudio. Gezeichnet fürs Leben. Der Hans muss wohnen. Darf ich auch noch. Jetzt machen wir doch wieder Stimmsession. Ein Großteil unserer Konzerne ist ja auch aus Stimmen. Das gehört dann wieder zu, oder? Ja. Jetzt ist mein G wieder zu hoch. So ist das leider. Das musst du auch schnell wieder erzählen. Du musst dann so bla bla bla. Das Leben besteht doch letztendlich nur aus Kompromiss. Sieh dir das an Hans, das B ist viel zu hoch. Behaupte einfach mal, es stimmt. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Der Nächste der Kunst sagt, kriegt einer aus dem Maul. Und alles probiert. Und ich, wir schlagen zurück Das Schwere und Geschütze Und warst du Musik Weil ein Opa und ich Wir schlagen zurück Wow, du hast es erraten Das ist warst du Musik Und ich will nicht, dass mein Kind Scheiße frisst Ich will nicht, dass mein Mädchen Scheiße frisst Ich will nicht, dass mein Liebchen Scheiße frisst Ich will im Himmels Willen nichts Ich will nicht, dass du mich vergisst Mein Herz schlägt mich innerlich zu 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 Mein Herz schlägt mich innerlich, mein Tod Mein Herz schlägt mich innerlich tot Mein Herz schlägt mich innerlich tot